So schön kann verlieren sein. Von Traurigkeit keine Spur in der isländischen Hauptstadt Reykjavik, nachdem die Nationalmannschaft im Viertelfinale der Fußball-Europameisterschaft eine deftige 2 zu 5 Niederlage gegen Frankreich einstecken musste. Doch was heißt schon Niederlage? Wir sind Gewinner. Was ist falsch daran? Wir haben es ins Viertelfinale geschafft. Das gab es noch nie. Es ist nur ein Spiel. Fünfter, Sechster, Siebter oder Achter Platz, das ist doch egal. Wir haben gewonnen. Wir sind so ein kleines Land. Wir haben schon gewonnen. Wir lieben die Mannschaft einfach. Sie hat sich so viel besser geschlagen als erwartet. Wir lieben sie. Das isländische Team und seine Fans. Sieger der Herzen sind sie bei dieser EM allemal.